Ähm, was soll denn das lange Gesicht? Wisst ihr was, dieser Job ist eigentlich total easy. Du sitzt einfach da den ganzen Tag und wartest darauf, dass du was reinbekommst. Da ist nicht wirklich viel dabei. Doch dann kam dieser eine Tag, wo Aliens in meiner Garage eine Party gefeiert haben. Und seitdem möchte ich hier weg. Jetzt mal ganz im Ernst, ich hab mir das Spiel viel gechillter vorgestellt. Ich hab gedacht, man hockt einfach nur da und kriegt Signale rein. Ab und zu mal passiert was komisches. Aber nein, gleich im ersten Video tauchen Aliens in meiner Garage auf. Davon bin ich kein großer Freund. Willkommen zurück hier bei Signal Simulator. An diesem wunderschönen Morgen. Wir haben ungefähr 9 Uhr. Draußen liegt Schnee, glaube ich. So sieht es zumindest aus. Und ein Hubschrauber kommt. Okay, ich wollte gerade sowieso raus, weil ich muss die Solarzellen reinigen. Weil wegen Charge Efficiency ist extrem low. Und wir dürfen nicht vergessen, die Türen abzuschließen. Denn ansonsten ist hier bald wieder Alien Party. Das ist, glaube ich, Schnee. Außerdem... Hallo? Frosty? Wie geht's dir? Tatsache, Hubschrauber. Alles klar. Stopp, stopp, stopp. Das ist tief genug. Tatsache, der liefert mir was. Okay, und stellt es da hinten ab. Das heißt, ich kann da nicht dran. Das ist nur Ästhetik, damit es schön aussieht, wenn ab und zu mal einer hier rauskommt. Das war's. Kein Hallo, kein Hin und Her wackeln, um mir zu zeigen, dass du da bist. Nein, das heißt, das Ding könnte genauso gut auch eine Drohne sein. Weil ich habe jetzt nicht wirklich jemanden gesehen. Funkspruch kam auch nicht. Der kommt einfach ganz kurz und liefert das Ding und verschwindet wieder. Außerdem ist mir gar nicht aufgefallen beim letzten Mal. Die Kommentare haben sich aufgefallen. Das ist ein sehr schöner Duftbaum. Und den Wackelkopf hier finde ich auch geil. Okay, wir reinigen die Solarzellen von Schnee, weil es hat ja anscheinend geschneit. Und dann, ich habe gerade irgendwas gehört, aber ich glaube, das sind die Antennen. Und dann schauen wir mal, was wir noch so empfangen können. Mir wurde auch gesagt, es passieren anscheinend noch sehr, sehr viele andere komische Sachen. Also auch in Form von komischen Nachrichten, die dann reinkommen und dann dechiffriert man die, wo ganz merkwürdiges Zeug drin steht. Also ja, ich bleibe dabei, offiziell ist es kein Horrorspiel. Aber es ist manchmal doch ein Horrorspiel. Liebe Leute, wir haben eine Anomalie. Wo genau ist das Signal? Hier. Nice. Wie sieht es mit der Effizienz aus? 99,35 Prozent. Das ist, was ich sehen will. Und die Systemeffizienz geht wieder hoch. Okay, bevor ich irgendwas mache. Energie auf die Koordinaten, damit ich bessere Ausgangspunkte habe. Dann das hochfahren. Das, falsche Richtung, das hochfahren. Und dann habe ich das noch nicht richtig eingestellt. Ich habe schon wieder vergessen, wie genau das Spiel funktioniert. Ich habe jetzt alles andere hochgefahren, bevor ich die Frequenz eingestellt habe. Wo genau wirst du grün? Und bumm, da war es. Grünes Lämpchen. Okay. Okay, das ist so 135, 22. Alles klar. 135. Da kann ich eigentlich auch in die andere Richtung drehen. Gehen wir erstmal so auf 130 vielleicht. Und dann... Oder 140 ist eher die Range. Und dann so auf 20. Okay, cool. Dann lassen wir das mal drehen. Und gucken dann, was passiert. Und dann die Energie wieder weg von den Koordinaten. Und zu den Antennen. Genau, damit die sich einfach ein bisschen schneller drehen, damit ich das Signal nicht verliere. Ich weiß auch nicht, ob der einfache Schwierigkeitsgrad, auf dem ich spiele, irgendwas daran ändert, wie schnell ich Signale verliere oder wie lange die halten. Ich weiß, es geht. Ich weiß noch nicht, ob das eben die Schwierigkeit stuft, ob das irgendwas an der Zeit ändert, die man hat. Ich habe keine Ahnung. Das dauert jetzt noch einen Moment, bis sich das gedreht hat. Ich weiß nicht, ob wir ein Problem haben. Ich habe gerade das hier geklickt. Signal disable. Also Signal deaktivieren. Weil ich dachte, das spart Energie. Und jetzt ist alles weg. Also hier ist kein grünes Lämpchen mehr. Es kommen keine Koordinaten mehr rein, weil ich nicht mehr auf das Signal gelockt bin, quasi. Habe ich es gerade weggedrückt? War das gerade hier oder war das ingame? Ich habe gerade irgendwas hinter mir gehört. Das klang potenziell wie meine Heizung. Es könnte auch irgendwas hier gewesen sein. Ich weiß nicht, warum. Aber dieses Spiel macht mich unglaublich paranoid. Weil es ist halt einfach so unglaublich ruhig. Außerdem ist meine Badewanne voll. War die schon immer voll? Ich kann sie benutzen. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, warum ich das wollen würde. Und irgendwann steht das Wasser doch auch einfach ab. Ich weiß nicht, warum man das gefüllt lässt. Wenn es überhaupt ich war, der es gefüllt hat. Vielleicht waren es auch die Aliens hier draußen. Alles klar, das Signal ist weg. Ich habe die Antennen jetzt in die Richtung rotiert und habe nicht den kleinsten Ausschlag hier gesehen. Das heißt, wenn ich das hier drücke, dann verschwindet das aktuelle Signal. Das steht da auch. Drücke F, um das aktuelle Signal zu deaktivieren. Hätte ich mal gelesen, hätte ich das gewusst. So habe ich es jetzt weggedrückt. Cool. Bevor ich jetzt ein weiteres suche und das dann potenziell auch wegdrücke. Mir wurde gesagt, ich soll auch den Himmel im Auge behalten. Ich mache das hier alles wieder rückgängig. Ich soll auch den Himmel im Auge behalten. Weil anscheinend... Es ist mir immer noch nicht gehalten, dass man die Türen abschließen kann. Weil anscheinend... Ich habe oben offen gelassen. Darf ich den Satz jetzt mal beenden? Weil anscheinend gibt es manchmal ganz komische Sachen, die hier in der Gegend rumfliegen. Das Problem ist, die Dinger sind sehr, sehr klein. Und mein Monitor ist ziemlich dreckig. Aber das da hinten ist kein Dreck auf meinem Monitor, weil es bewegt sich nicht mit. Ich habe... Warte, ich habe doch ein Teleskop. Ich habe doch ein Teleskop. Was ist das? Hi. Wirklich? Guter Joke. Das ist der Entwickler. Glaube ich. Also es ist ein UFO, was die ganze Zeit... Kommt es näher? Ich glaube, es kommt sogar näher. Was die ganze Zeit über dich wacht und leuchtet. Und es ist der Entwickler. Das heißt... Der Entwickler ist watching over you. Aber das Ding bewegt sich. Das ist, glaube ich, nicht die Himmelsbewegung. Das bewegt sich nicht mit dem Himmel. Dafür ist es zu schnell. Es kommt näher, glaube ich. Nein, nein, Mr. Griffin. Ich nur putzen. Ich nur putzen Solarzellen. Ich nix, Alien. Ich nur machen sauber Solarzellen. Das ist aber schon cool gemacht. Wie einfach die Dinger darüber fahren. Der sieht schon... Nicht so übel. Und das Hintergrundgeräusch von den drehenden Antennen ist irgendwie gruselig. Weil es ist so richtig tiefes Geräusch, so basslastig. Ist schon ein bisschen unheimlich. Ist der Entwickler eigentlich noch da im Himmel? Wo habe ich das vorhin gesehen? Da drüben? Da drüben. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Aber es ist auch ganz... Doch, der ist noch da. Guck, da leuchtet es. Da ist es. Mein Mann ist noch da. Was höre ich hier? Ich verbringe gerade meine Ingame-Zeit, wo ich nichts anderes machen kann, damit nutzlos auf Social Media rumzugammeln. Ich höre die ganze Zeit irgendwas. 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 Als wäre was mit mir in diesem Raum. Was? Und jetzt habe ich mich gerade vor dem Schatten erschrocken. Aber ich glaube, das ist die Sonne, die untergeht. Irgendwas höre ich hier. Sind es diese Dinger? Ne, die machen kein Geräusch. Ich habe keinen Blastenschimmer. Einstein, hol mich raus, Mann. Und bumm. Wir sind am Start. Audio Play. Okay. Ist ein Supergiant. Also ein Supergigant. Sternklasse O oder 0. Ich weiß immer nicht, ob das ein O ist oder ein 0. Die Kommentare haben es, glaube ich, gesagt. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber ja, ist ein Signal von einem Stern. 850 MB groß. Download Speed könnte schneller sein. Aber das liegt auch daran, dass ich nicht aufgepasst habe. Weg von den Antennen hin zu den Servern. Und dann geht es los. Ja, 4,5 MB die Sekunde. Ist nicht schlecht. Das klingt so cool. Wir haben es bald. Ich bin gespannt, was es ist. Ich glaube, dass es keine Nachricht ist, weil von einem Stern erwarte ich keine binär kodierte Nachricht irgendeiner verständlichen Form. Aber es wäre toll, wenn man mich überraschen könnte. Aber es ist wahrscheinlich wieder nur Kauderwelsch. Das ist nichts Sinnvolles, glaube ich. Okay, ich mache das mal aus. Was kommt dabei raus? Das hat sich gelohnt. 100%. Und ja. Wenn das nicht irgendeine unbekannte Sprache ist, dann ist da zumindest nichts Spezielles drin. Aber vielleicht ein Bauplan. Weil das ist, glaube ich, ein Signal. Nein, nix Radio. Das darf ich auf gar keinen Fall aufmachen. Es gibt ein paar Sachen, die sind copyright free. Und dann kannst du, glaube ich, richtige Radiosender. Dann wirst du instant geclaimt. Darauf habe ich keine Lust. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich irgendwas davon analysieren. Weil das ist, glaube ich, ein Signaltyp, den man analysieren kann. Ja. Aber es wurde nichts gefunden. Ich habe fast 80 Credits. Soll ich mal ein paar Upgrades kaufen, damit die Antennen sich schneller bewegen lassen? Das klingt eigentlich nur sinnvoll. Einmal Azimut. Komm, das kostet 30. Genau. Und dann einmal Elevation. Warum nicht? Ich meine, die Upgrades oder das, was es ändert, ist winzig klein. Aber jetzt habe ich den Laptop gerade wieder zugemacht. Aber das kann schon einen Unterschied machen. So langfristig gesehen macht das, glaube ich, einen Unterschied. Ja, mit dem Signal hier sind wir fertig. Ach, muss ich dann hier auf das Elbe gehen? Dafür ist der Knopf gut. Muss ich dann auf das Elbe gehen, damit es verschwindet und damit wir geresettet sind. So funktioniert das. Okay. Das heißt, ansonsten bleibt es hier die ganze Zeit erfasst. Oh, oh, oh. Stopp. Da war es gerade. Da war es gerade. Ich hätte es jetzt fast verpasst. Ich hätte es fast verpasst. Die Upgrades sind voll cool. Ja, jetzt ist es wieder zu weit runter. Okay, dann vielleicht nur... Wir sind jetzt bei 13,2. Das heißt, vielleicht ist die richtige Antwort so... Oder 13,1. Vielleicht ist die richtige Antwort so... Nein, falsch. Oh, ich habe irgendwas klicken gehört. Das war super leise. Ich drehe das hin gleich weiter. Das war richtig leise. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Im Bad? Nee. Okay. Vielleicht wieder in meiner Garage, aber ich gehe jetzt da nicht raus. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das war richtig leise. Das war so ein ganz, ganz leises Geräusch. Aber ja, das war unschön. Und ich drehe das Ding in die falsche Richtung. Signal erfasst. Was ist es? Es klingt komisch. Das wollte ich nicht. Runterfahren. Okay. Signalquelle unbekannt. Schneller Radio Burst. Also schneller Radio Wellen Burst quasi. Also Salve. Aber es ist alles unbekannt. Und wir kriegen nur ein Fragezeichen. Okay. Und wir laden auch nicht mit voller Leistung, weil ich vergessen habe, die Power umzustellen. Komm schon, komm schon, komm schon. Vollständig runtergeladen. Ich habe Credits bekommen. So, dann einmal Ruhe, bitteschön. Und jetzt hoffe ich, dass da irgendwas Cooles drinsteht. Komm, die Signalquelle ist unbekannt. Das ist alles unbekannt. Irgendwas? Nee. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass da irgendwie sowas steht wie, ja, bringt uns den Menschen. Wir haben Experimente zu machen. Ähm, kann ich das analysieren? Äh, C, das ist falsch geschrieben. Signal Analyze. Ich habe tatsächlich was gefunden. Ein Modulschema. Äh, okay. Module. Äh. Alles klar. Wo sehe ich das, was das jetzt genau war? Hier, Progress. Okay, das heißt, hier ist Progress schon höher. Das heißt, ich habe was für Power bekommen. Alles klar. Dann gucke ich einmal, ob die Server oben sind. Und ich glaube, dann lege ich mich schlafen. Weil so nachts, das ist schon relativ gruselig. Ja, die Server sind oben. Ähm, das, das war es für heute. Ich, äh, lege mich da nieder. Bitte kein Alien in meinem Bett. Das wäre schon relativ uncool. Es ist niemand hier. So ist es brav. Immer schön sauber machen. Und was ich jetzt noch machen will, ist folgendes. Ich habe nämlich niemals erkundet, was das da hinten eigentlich ist. Weil die Map ist überraschend groß. Das heißt, hier versteckt sich doch unter Garantie noch irgendwas. Da entsteht, glaube ich, ein random Baum einfach im Mix. Hier ist eine Halle. Ich gehe mal zu den Bäumchen. Weil das ist schon relativ auffällig, ne? Muss man sagen. Das ist einfach so ein Baum im Nirgendwo. Da hinten ist noch einer. Ist schon verdächtig. Alles klar. Hier ist die Levelbegrenzung. Und egal, wie schnell ich fahre, ich komme da nicht durch. Das heißt, dieser Baum steht außerhalb des spielbaren Bereichs. Das da hinten? Ne, das ist kein Baum. Oder? Ich weiß nicht, ob das noch zum spielbaren Bereich gehört. Bevor ich jetzt dahin gehe, will ich wissen, was in dieser Halle da ist. Weil eben, die Map ist so abartig groß. Ich habe das noch nie richtig untersucht. Vielleicht verstecken sich da auch aliens und feiern eine Sause. Was weiß ich. Zaun. Ja, ist doch gut. Lass mich durch. Komm. Und hopp. Das funktioniert super. Und das Ding kann sich anscheinend auch nicht überschlagen. Das hier ist eine Antenne. Okay, ist das sowas wie ein Wartungsbereich für Antennen oder da, wo sie gebaut werden und dann eben auf den Gleisen rausgeschafft werden? Ich habe keine Ahnung. Serverraum ist hier natürlich nicht verfügbar, weil sie nicht in Betrieb ist. Aber ich höre Wind. Es zieht wie Hechtsuppe hier draußen. Naja, ich kann auf die Antenne drauf... Was? Grünes Display. Okay, ist das Stromversorgung? Ich glaube schon. So sieht es zumindest aus. Und dann hier vorne nochmal. Alles klar. Ansonsten gibt es hier nichts. Ich frage mich aber, warum das existiert. So. Können hier draußen auch Aliens spawnen? Oder muss ich hier mal meine Antennen reparieren? Ich habe keine Ahnung. Der Entwickler chillt immer noch da hinten im Himmel. Guckst du dir an. Dieses kleine leuchtende Ding da ist der Boss. Ähm, was? Ich bin gerade aus dieser Richtung da drüber gefahren. Dachte mir, was ist das? Ist das Stein? Nee. Bro, was? Ähm, was soll denn das lange Gesicht? Drücke F, um den Körper zu bergen. Was? Okay. Bringen wir ihn zurück zu seiner Familie? Das war ein Alien. Das war definitiv ein Alien. Was sehr unglücklich aussah. Vermutlich, weil es zwischen zwei Bahngleisen liegt. Und nicht mehr lebt. Was? Ah ja, ich habe ihn jetzt geborgen. Was? Diese blöden Zäune. Ich will immer mal unter den Antennen durchfahren. Aber es geht nicht. Diese blöden Zäune, Mann. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich war gerade einfach nur auf dem Weg nach Hause. Und wollte zwischen den Bahngleisen durchfahren. Weil es irgendwie cool ist. Und dann ist da ein Alien. Halt, 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 halt. Was, was, was? Ist das da? Das stand aber vorher nicht in meinem Büro. Das ist ein Tank. Glaube ich. So sieht es aus. Eine Tank, der grün beleuchtet ist. Habe ich den Kollegen, den ich gerade außen aufgegabelt habe? Eins. Ja, ich habe ihn einziehen lassen. Bro. Alles gut? Wehe, du bewegst dich. Wenn du mich anguckst, ne? Dann alterfähre ich das Game und den installierst. Aber sofort. Also irgendwie sieht er recht lebendig aus. Die Tatsache, dass er angeschlossen ist, spricht auch dafür. Beweg dich. Ich weiß doch ganz genau, dass du es tun wirst. Dann mach es doch jetzt gleich. Komm. Er bewegt sich. Ich sehe es ganz genau. Dieser Arm bewegt sich. Jo. Der lebt noch. Die Arme bewegen sich. T-Pose auf mich. Tu es. Ich überspiele, wie gruselig das ist. Alles klar? Das ist unangenehm. Der bewegt sich wirklich. Hallo, Freund. Soll es mir dankbar sein. Ich habe dich mehr oder weniger gerettet. Alles klar? Mach jetzt nicht so Hand gegen die Scheibe. Das ist gruselig. Wirklich gruselig. Okay? Ja, hi. Was geht? Alles gut? Freut mich, dich zu sehen. Grüße. Von welchem Stern kommst du? Aus welchem System? Wie weit entwickelt ist eure Technologie? Seid ihr gefällt? Und der geht wieder zurück in die Ausgangsposition. Kann ich den? Ne, der steht jetzt dauerhaft hier. Ne, den werde ich nicht mehr los. Toll. Warum habe ich ihn mitgenommen? Wir brauchen einen Namen. Billy? Billy der Außerirdische. Komm, das ist Billy. Gut, das war jetzt viel mehr, als ich eigentlich aus diesem Video rausholen wollte. Ich habe gedacht, wir suchen einfach ein paar Signale. Aber ich habe ein UFO im Himmel gefunden, was sich als der Entwickler herausgestellt hat, der über mich wacht. Und da ist ein ganz komisches Muster auf meinem Golfkart. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe einen Alien gefunden, was jetzt in meinem Büro wohnt und ganz offensichtlich noch lebt, weil es sich bewegen kann. Also ja, hey, der Himmel ist die Grenze in dem Spiel. Also jetzt, nachdem ich das gefunden habe, bin ich definitiv davon überzeugt, dass noch sehr viele andere komische Sachen passieren werden. Das ist gruselig. Ich schwöre, wenn ich einmal von diesem Stuhl aufstehe und der Kollege ist weg, spiele ich das Spiel nie wieder. Dann habe ich genug. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr da ein bisschen einen Lapp-Button aufs Mord. So, und lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Hey Billy, ich gehe jetzt einkaufen. Soll ich dir auch einen Red Bull mitbringen? Der redet nicht viel. Keine Ahnung warum.